nebenbei vielleicht habt ihr meinen post dazu gesehen dieses schlagzeug seitdem ich nicht mehr ohrenfeind spiele möchte ich weitergeben es soll nicht bei mir verstauben es soll nicht woanders verstauben es möchte gespielt werden und es hat mich lang genug begleitet aber jetzt möchte ich dieses schöne grüne drum set weitergeben also falls euch das interessiert falls sie dieses schlagzeug von mir übernehmen wollt schreibt mir doch mal am besten eine nachricht über das kontaktformular auf meiner website was da 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 Hi ihr Lieben, heute ist mir Sandra Tag. Ich bin hier bei Andy Rohde und wie ihr gerade gesehen habt, das Adoro von ihm gehört jetzt mir. Ja, der Besitzer hat gewechselt und ich bin super glücklich darüber und lieber Andy, wie fühlt es sich an so ein Set abzugeben? Gute Frage, also nach jetzt über sieben Jahren, ja über sechs Jahren, die ich das Set habe, ist natürlich so die letzten Handgriffe, als wir es jetzt gerade eingepackt haben, ich habe mich gefühlt wie auf der Bühne, man hat das wirklich hunderte Male gemacht und jetzt macht man diesen Handgriff zum letzten Mal, es ist zwar eine Routine, aber irgendwie natürlich ein komisches Gefühl, aber da ich kein Mensch der Routine bin, eigentlich genau das Richtige für mich. Also ich bin nicht wehmütig, ich finde es toll, dass du es spielst, es soll gespielt werden und deshalb, ich sag mal, eineinhalb lachende und nur ein halbes weinendes Auge. Wie vielleicht einige schon mal nicht wissen, Andy ist Berufsmusiker, das Set, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahre, ist bei Ohrenfeind gespielt, das hat wirklich gute Dienste geleistet. Jetzt wo es in meinem Besitz ist, geht es über an die Band Crusper und wird da direkt in die Studio gehen und ich freue mich dadurch schon drauf, das erste Album da mit einzuspielen und dieses Set neu wiederzubeleben und mit einem neuen Geist zu beleben und es einfach mal wieder klingen zu lassen. Aber halt mit meiner Musik, mit meinem Stil, mit meiner Stimmung, ich bin sehr gespannt, wie es klingen wird. Und würdest du dir das Set auch mal anhören? Ich bin gespannt, wie das gleiche Set in einer anderen Band gespielt von einem anderen Drummer klingt. Das ist bestimmt sehr spannend, das kennt man ja, zehn Drummer spielen den selben Groove oder den selben Song, das klingt immer unterschiedlich, aber wenn das Set gleich ist, aber der Schleifzeuger unterschiedlich und es dann gut aufgenommen ist, da bin ich mal sehr gespannt auf den Vergleich. Es ist ja so, wie du es jetzt hast, nicht im Studio benutzt worden, mal die Toms, mal die Bassdrum mit anderen Toms, aber nie als Ganzes, aber es erscheint ja bald noch eine Live-DVD von Ohrenfeind, die vor einiger Zeit aufgenommen wurde, als ich da noch mitgespielt habe. Und da bin ich mal sehr gespannt, diese Aufnahmen mit deiner Aufnahme und deinen Aufnahmen zu vergleichen. Moral von der Geschichte, liebe Leute, wenn ihr Instrumente kauft, kauft nicht immer alles neuwertig. Es gibt sehr viele und vor allem sehr gute Instrumente da draußen, die top gepflegt sind, wo ihr wirklich einen Schnapper machen könnt, wie jetzt beispielsweise ich mit dem alten Set von Andi. Und ich glaube, du hast da auch noch was zu sagen. Ja, finde ich super, hauptsächlich der Nachhaltigkeitsgedanke für mich, aber ich finde es auch, genau was du sagst, wenn man sich ein bisschen bemüht, das finde ich eine sehr wichtige Sache. Ich bin ja mal ein Fan davon, selber, also selbstständig aktiv zu sein, weil man sich intensiver damit auseinandersetzen muss und man trifft eine viel bewusstere Entscheidung. Wenn man sagt, okay, das Set gefällt mir, aber die Becken kaufe ich dem nicht ab, ich hole mir noch andere Becken dazu, anstatt was von der Stachel zu kaufen, wie du sagst. Das finde ich eine gute Sache, weil es einen in gewisser Weise zwingt, selber darüber nachzudenken. Und ja, wer billig kauft, kauft oft zweimal, das stimmt auch auf der anderen Seite. Wenn man gebraucht kauft und nicht viel Geld dafür ausgibt, dann kann es auch mal sein, dass man auch mal was hat, was schnell kaputt geht, das stimmt. Aber zum einen muss nichts Neues produziert werden und vor allem kann man beim zweiten Mal eine noch informiertere Entscheidung treffen. Und es ist so ein schön, dass es wechselt, Instrumente wechseln den Besitzer und es kommen immer mal wieder neue dazu, aber es muss nicht jeder ein neues Instrument kaufen. Das finde ich schon sehr richtig, was du sagst. Ja, dann kann man sagen, lieber Andi, danke für dein Schlagzeug. Viel Spaß mit deinem Schlagzeug. Stimmt. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Tschüss.